Eikaramba und Konrad macht heute wieder weiter und wir wollten uns auf den Weg machen Freundchen, habe ich dich gebeten mich zu unterbrechen wenn ich hier meine Zuschauer begrüße? So, wir machen uns heute auf den Weg zum kichernden, kichernden Esel So, aber erst gucken wir uns noch ein bisschen um Muss ich einfach wieder rauslaufen oder was? Wahrscheinlich schon Auf zum kichernden Esel Da ist es, das Ende des kichelnden Esel Paladin, hast du sicher, dass der Bart da in der Nähe liegt? Das ist was Twitter sagt Carrier-raven, Butters Sorry, das ist was der Carrier-raven says Craig and Tolkien, guard the back door Butters, Kenny, Sir Douchebag Let's go in, Sir Stay close, Sir Douchebag The end of the giggling donkey harbors the scum of all Zoran A glass of Meadle-wine, please No Meadle-wine today, only Fairy Ale A pint of Fairy Ale, then So, has, uh, anyone seen the Bard lately? Falsche Frage A cup of Fairy Ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs Sure, he's here, alright He's got a room down in the cellar Ah, and I shall pay handsomely for his services Sir Douchebag? Butters, Douchebag, go down and flush him out Princess Kenny and I will be waiting here to murder him Remember, the Bard can use songs to enchant Don't let him get to you Okay Na, da bin ich jetzt ja mal gespannt, was uns da unten erwartet Oh mein Gott Finde den Bard im Keller der Taverne Hallo? Hier ist es dunkel Das ist unheimlich Ich will hier raus Der ist bestimmt im Trockner Hab dich Nein, schade Kleine Nadel Das sind gemalte Bierfässer Das ist ja auch toll Die Kinder haben halt Fantasie beim Spielen Nee, ist unheimlich Wieso müssen wir zwei eigentlich hier runter Mutter Birne Könnte doch der große Meister selber hier runter spazieren Eigentlich nicht Hallo? Hallo? Nimm das, du Besen Geld, schrauben sie ja Baseballkarte, USB-Stick, Spielzeugauto Ball Hier ist doch keiner Ach Ach Der kommt mir bekannt vor Wie komm ich da hin? Wie komm ich da hin? Ah Ja, wir müssen durchs Labyrinth Butter Birne Folge mir Ich hab ihn schon gesehen Hallo? Oh, Jesus Oh nein Oh nein Oh nein Prepare for battle W-w-w-weaklings Elfs, fall in Oh nein Deucebag It's a trap You should have never come here Humans I am a level 10 bot And with my loot I shall power up my elven guards With magical songs of encha 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 Mag-magical songs of encha Mit Magical Songs of Enchantment. Nein, ich lache nicht über Sprachfehler von anderen Menschen. Würde ich niemals tun. Ist das herrlich. Ach, das ist ja lustig. Ach, hab ich jetzt wieder Spaß. So. Ja. Völkerball! Hier, einmal in die Fresse! Und Butter, was machst du denn jetzt? Butterlein. Gib sie mit dem Hammer! Oh nein! Oh nein! Weiche von mir! Nein! Auch immer auf die Butterbirne, Mensch. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hallo? Ähm, Butterchen? Ich hab glaub gar nichts, um dich wieder zu beleben. Ach doch, Wiederbelebungstrank. Hier, bitteschön. Taco der Wiederauferstehung. Was haben wir hier denn? Geht nicht. Schade. Hm. Halt die Fresse, ich bin am überlegen. Ich bin am überlegen, was ich mit dir machen soll. Ich bin mal wieder Völkerball. Oh nein! Lass Butterbirnen in Ruhe, Mensch. Ach, der stirbt schon wieder. Och, Mensch. Interessant. Ach, Butterbirne, Mensch. Was machen wir denn mit dir, wenn du mir immer stirbst? Taco der Wiederbelebung. Völkerball, Völkerball. So, und einmal in den Bobo. So. Du bist jetzt mein, jetzt. Nicht schon wieder. Butter. Butter, smiley. Oh mein Gott. Ist das kompliziert. So, ich hab ja noch ein paar Tacos, mein Freund. Aber irgendwann ist auch mal gut. Boah, ich muss jetzt mal mit dem Hammer hier richtig einen auf die Fresse hauen. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich ahne, fürchterliches. Nein. 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 Du wurdest ausgelockt. Lass deinen Begleiter einen Tacos der Wiederbelebung benutzen, der dich aufweckt und ein paar TP wiederherstellt. Hat dich auch vor, mein Freund. Lass uns gehen, Scheiße. Ja. Immer mit der Ruhe. So, Butters. Jetzt haust du ihm einfach. Nein. Du machst jetzt mal hier. Den hier. Auf dem war. Die Hammer mit Butters. Ah. Oh, ich bin sorry. Dann ist dieser Arsch mal weg. Ah. 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 Ach, Butters. Ah. Blutet viermal. Wow, was ein herrliche Unterricht. Wow, was ein herrliche Ziel. Oh, Marco. So, ich könnte jetzt aber dann auch mal ein bisschen Heilung gebrauchen gleich. Ähm. Hammer des Snoobs. Einmal in die Presse. So. Genau. Einmal für mich bitte. Dankeschön. Das ich zumindest diese Runde überlebe. Und hau ihn mal mit dem Hammer ein auf die Nuss. Ah. Jawoll. Da war eine Frau von Stoneberry Hallow. Sie hat nicht viel gesprochen, aber, Mann, hat sie geschluckt. Nein. Gesundheitstrank. Gesundheitstrank. Und dann kriegst du einfach eine mit dem Hammer auf die Nase. Hey. Ganz unspektakulär. Und Butters wird's dir auch gleich zeigen. Ah. Und tschüss, mein Freund. So, mein kleiner Krüppel. Jetzt bist du dran. Oh nein, er ist abgehauen. Ach, da kommen jetzt noch mehr und die haben Heiler dabei. Was ist das für ein Scheiß? Fliehe aus dem Keller der Taverne. Hab ich ja vor. Erstmal alles mitnehmen. Da du jetzt mehr als ein Furz beherrschst, tippe eh, bis die Furzgranate ausgewählt ist. Ach, die kann ich jetzt hier rüber werfen oder was? Furzgranate. Hä? Geht das nochmal, bis der stirbt? Ich seh wat. Ich seh wat. Hey, Sir Duisbag, up here. So. Ne Kerze ist doch auch immer gut. Oh, hier ist Wasser und Strom. Das kann auch nicht gut enden. Hey, Sir Duisbag, up here. Ach, da oben. Ich seh was. Ich seh was. Ich werde das machen. Neue Nachricht von Craig. Craig, was schreibst du denn? Craig ist jetzt Single. Oh, tut mir leid das zu hören. Die bearbeiten allein. Sie hat mich zurückgehalten. Ach Craig. Musst du jetzt in den Strom stehen, du kleiner Spocko? Oh, mein Ankel. Ich denke, es könnte gebrochen werden. Vielleicht sollte ich ihn sehen. Ach, aber dafür ist hier jetzt, äh... Holger. Elfischer Kurzbogen. Sieg! Na, das war ja einfach. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. So, mein Freund. Okay, 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 ich hab's verstanden. Hm, wie ging das nochmal? Begleiter, Befehligen, das bist du, ne? Äh, und dann F und, äh, so. Jawohl. Ach, wir sollen vor, oder wat? Oh nein. Oh, ich bin überfordert, das geht mir zu schnell. Oh, ich bin überfordert. Rettig Hardman, da ist er doch. Oh nein, hier, Kühlschrank. Oh nein, wir müssen Cardman retten. So sieht's aus. Und hier gibt's erstmal mit dem Völkerball eine auf die Nase. So, und was macht jetzt Butterbirne hier in dem Spiel? Ach, der haut ihm einfach mal ganz normal eine auf seine Rüstung. Nein, nein, weiche von mir. Nein, lass doch mal Butter's in Ruhe, Mensch. Aha, reflektieren. Gesundheitstrang. Bitter, Batas. Du hast es nötiger als ich. So. Naja, meucheln wir mal ein bisschen. Ein bisschen was Sinnvolles machen. Au, jeet. So, und Butterchen macht seinen. Oh nein, das Spiel hängt sich auf. Bitte nicht, nicht jetzt. In dieser spannenden Phase. Hurry up. Ja, hier, auf ihn. Buy the hammer of Betis. That was the most perfect throw I've ever seen. Yeah, baby. Hey. Hey. Oh mein Gott, Butters, ich rette dich. Nimm das. So, jetzt fangen wir mal an. Abziehen, betäub dein Ziel bei perfekter Rückführung. Na gut, probieren wir es mal auf dem hier.